Wir fahren nach Süden, in den Sonnenuntergang. Das spricht nicht gerade für unsere Orientierung. Ziel ist Sizilien, dort spricht man Italienisch. Da spricht hier keiner, doch wir haben eine App. Spontane Urlaube sind toll, das Auto alt und viel zu voll. Es ist eng und wird zu viert, die Fenster klemmen und selbstverständlich ist hier nichts klimatisiert. Im Ford Fiesta, von meiner Schwester, bis zum Meer ein gutes Stück und dann auch hoffentlich zurück. Im Ford Fiesta, von meiner Schwester, es läuft hier nonstop Bravo Hits, weil keiner mehr CDs besitzt. Im Ford Fiesta, im Ford Fiesta. Die erste Raste auf der Autobahn ist unsere. Das liegt daran, dass wir Kühlwasser verlieren. Das ist kein Rost, der Wagen hat Patina. Das ist Latein und das bedeutet Rost. Zwei Stunden Parklabs kurz gepennt. Toilette kostet 70 Cent. Kapitalismus nervt extrem. Deswegen wird jetzt wild gefinkelt gegen das System. Im Ford Fiesta, von meiner Schwester, Granini-Flasche aufgemacht, lecker frischer Apfelsack. Im Ford Fiesta, von meiner Schwester, Fahr jetzt bitte nur grad aus. Die Flecken kriegst du nicht mehr raus. Im Ford Fiesta, im Ford Fiesta. Im Ford Fiesta riecht es irgendwie nach Gummi. Kann es sein, dass der Motor seltsam klingt? Wo kommt nun plötzlich all der Rauch her? Und was heißt es, dass die Anzeige da blieb? Ich fahr den Wagen hier rechts ran. Wusst nicht, dass Rost so brennen kann. Daumen raus und gute Fahrt. Und falls die Polizei kommt oder irgendjemand fragt, der Ford Fiesta. Ist von meiner Schwester. Sie war das wirklich ganz allein. Ich hab nicht mal den Führerschein. Und in den nächsten Urlaub fahren wir. Mit dem Toyota Corona von Opa und Oma. Park und Merci und lieber Blick. That's what I call in the trick. Der Toyota Corona von Opa und Oma. Mit ihren 95 Jahren sollten wir ohnehin nicht fahren. Der Toyota Corona. 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 Untertitelung des ZDF, 2020